Es sind schon welche dahinten, die wollen sie unbedingt auch für ein Interview. Danke! Auf das hat er sich schon ganze Zeit gefreut. Das war es hier aus Bleiburg. Feierlichkeiten sind ja wirklich sehr gelungen. Jetzt geht es weiter noch mit Eishockey. Wir sind Ihnen noch schuldig. Das dritte Drittel vom letzten Testspiel. Vom letzten Testspiel der österreichischen Eishockey. Die Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft. Nach zwei Dritteln steht es 1-2-1. Michael Berger hat die Highlights für sie. Und dann gibt es auch noch die Tageshighlights vom Surf-Open-Ding im Bruderstor. Chance Bleiburg!